Jetzt magst du mal für 12 Monate, und wenn du keine Maschine verkaufst, wie kriegst du sie rein? Ich habe aber eine Chance. Mein Patron, das ist ein Bruder und eine Schwester. Vor der Zeit haben sie die Ehre vom Chef des Vaters. Sie haben sie übernommen. Und die haben eine so Fierte. Und die haben so viel Geld. Ich weiss, ein Millionär oder sowas. Die haben genug Geld. Ich weiss es. Der Wien, seine Orangen, seine Orangen, seine ganzen Strasse und Pfurzer, wie in der Kirche. Wo nun? Kannst du dir so vorstellen, die haben Geld. Und die sind so stolz, dass die Firma, die können so schlecht gehen, dass die Perrin abgehen. Und das ist unsere... Der Jahrhütz. Quatsch wir so weit. Das wurde jetzt nicht getötet. Ich habe die schöne Rolle, meine Lieber. Wie war diewestern? In der Nähe der Tod? Bei mir, ich habe es in der Nähe. Oh, oh, oh. Und du hast keine Rolle. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.